Lange Leitung oder wie? Das hat Olaf Schubert MIT Glasfaser zu tun. Dresden, als Comedian scheint Olaf Schubert, 55, manchmal auf der Leitung zu stehen. Dabei ist der Kult Sachse nicht nur blitzgescheit, sondern auch blitzschnell. Jetzt erst recht. Schubert ist frischgebackenes Kampagnen-Gesicht des Glasfaser-Anbieters Deutsche Giganez. Und wirbt damit für die ultraschnelle Leitung ins Internet. Bei der Eröffnung der Giganez-Niederlassung an der Dreikönigskirche in Dresden wurde am gestrigen Donnerstag das erste XXL-Poster mit Olaf Schubert enthüllt. Es ist mir eine Freude, dabei zu helfen, hier bei uns ein digitales Feuerwerk zu zünden. Zusammen rocken wir das Glasfaser-Spektakel, verspricht Schubert. Seinen Worten lässt Giganez noch mehr Großplakate und Taten folgen. Das Unternehmen plant Investitionen in Dresden in Höhe von 170 Millionen Euro, in ganz Sachsen in Höhe von 400 Millionen Euro. Ab Herbst soll das Glasfaser-Netz in 34 Stadtteilen, vorrangig nördlich der Elbe, angeboten werden. Glasfaser-Ausbau ist von Entscheidung der Bürger abhängig. Angefangen von Pieschen über den Dresdner Norden bis Kleins Schachwitz und Laubegast, sowie in großen Teilen von Radebeul könnten bei Nachfrage bis zu 2500 Kilometer Glasfaser-Kabel verlegt werden. Der Ausbau kann beginnen, wenn sich 35 Prozent der Bewohner im Ausbaugebiet für den Anschluss entscheiden, so Giganez-Marketing-Chef Sören Wendler, 51. Schon jetzt wird vor allem in Spitzenzeiten deutlich, wenn es um gleichzeitiges Homeoffice, Homeschooling und Streaming geht, dass wir den nächsten Schritt in Sachen Bandbreite brauchen. Dafür wirbt Olaf Schubert natürlich im Polunder.